Herzlich willkommen! Mein Name ist Ben! Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gucke ich für euch Spina Kinako Pfanne mit Kräuterseiringen. Ist sehr lecker. Machen wir jetzt anfangen. Zunächst ein bisschen Margarine. Scharf anbraten. Ein bisschen Infel dazu. Kinako. Sehr gute Gemüse. Kinako dazu. So, zur nächsten Seite schneiden Chili. So, ein bisschen Kurkuma. Das Gemüse wieder. Abdösung. Ein bisschen Chilito. Und ein bisschen Saus. Und Pfeffer. Hafer Sahne. Haus gemacht. Mit Mandeln muss noch leckerer Geschmack. Spina, ich habe schon gewaschen. Pfeffer noch ein bisschen Satz. Das ist gut. Das ist gut. Bis das ist fertig. Und so schön. Schöne. Es schmeckt leicht pikant. Zusammen mit dem Mund ist sehr harmonisch. Und das passt auch mit Reis oder Nudeln oder kleinen Kartoffeln. Schöne. Lecker. Vielen Dank für die Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik Vielen Dank.